Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Roland, der Trendprofi. Heute stehe ich mal nicht vor meinen geliebten Tonnen, sondern wie ihr seht vor Glaskontainern. Es dreht sich heute alles um Glas. Wir haben hier eine blaue Flasche. Wo gehört die blaue Flasche rein? In weiß, grün, braun, blaue und auch sonst andersfarbige Flaschen, die nicht weiß oder braun sind, können anstandslos in den grünen Glaskontainer geworfen werden. Was natürlich nicht da rein gehört, was ein freundlicher Mitbürger hier gemacht hat, das sind solche Sachen. Also nur Glas, getrennt nach weiß, braun, grün. Die blaue Flasche kann ohne weiteres in den Container für grün Glas rein, da sie nachher in der Endproduktion das grün nicht verfälscht. So, das war's für heute. Jetzt wisst ihr, wo das blaue Glas rein gehört. Die wird noch leer gemacht. Prost, tschüss, bis zum nächsten Mal. Lass mal öffnen, ne?